Wunderschönen guten Morgen Ladies and Gentlemen, ich habe gerade geduscht und zwar nicht in meinem Zimmer, denn ich als Mann des Volkes habe natürlich als einziges mit Sepp das Zimmer genommen, was kein eigenes Badezimmer, wir teilen uns ein Klo und haben keine Dusche, deswegen bin ich gerade bei Martin im Zimmer, hier glänzt sich aber auch richtig schön, wie meine Zukunft, so Martin schneidet da auch noch und hier gibt es vielleicht schon einen kleinen Sneak Peek von einem der Vlogs, Sebastian und ich. Das war noch eine kleine Variante, jetzt geht Sepp duschen, denn der hat wie gesagt auch kein eigenes Badezimmer, schon verlassen wir das Schloss wieder, wir haben noch ein Deal angeboten bekommen von Philipp, den Schlossherrn, wenn wir es schaffen seine Followerzahl auf Instagram zu verdoppeln, dann war doch dein Sommersitz Peter, dann dürfen wir nochmal wiederkommen und kriegen ein Wochenende umsonst, hat er gesagt, weil wie viel ist er denn? 584 glaube ich ungefähr, ja 1200 kriegen wir 1200 ist das Ziel, kriegen wir das hin? Wäre ganz schön nice!